Servus liebe Leute heute kommt mal wieder eine Parodie wie ihr es schon im Titel gelesen habt aber natürlich zuvor wieder die Ankündigung heute geht es um den guten Reshker einen sehr sympathischen YouTuber Link unten in der Beschreibung macht Weltklasse Videos und ihn kann man fast nicht parodieren er macht einfach die lustigsten Videos auf Clash Royale Deutschland auf den gesamten Planeten Pascal ne ja zu ihm habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen ich finde seine Videos klasse aber ein bisschen Sachen rausgefunden was man vielleicht ein bisschen parodieren könnte ist aber gar nicht mal so viel wie bei anderen YouTubern wollte ihn trotzdem mal mit reinnehmen habe ihn sogar gefragt ob ich das darf hat er natürlich gemeint ja klar darf ich das und ja gibt gar nicht so viel bei ihm deshalb wird sein Video wahrscheinlich nicht so lange deshalb muss ich jetzt auch so viel labern damit ihr auch wirklich dran bleibt also Jungs wir sehen uns nach dem Intro Servus zusammen Reshker hier und ein herzliches Willkommen zu diesem Video heute zu Amazing Fights ist wie immer Weltklasse und sexy natürlich als erstes kleinen kurzel von eurem Profil gucken wir mal durch hat mich natürlich jemand geschrieben hier der gute BGU und sein Deck werden wir mal kopieren das ist der BGU wo ist denn der BGU der Schlingel hier unten das kopieren wir nicht oder wartet das haben wir doch schon wir nehmen mal das Deck und Amazing Fights ach öffnen wir doch die Silberdrohue die brauche ich kein Mensch aber was ich noch vergessen habe nächster Part öffnen wir natürlich 10 Magi Drohnen 10 Magi Drohnen habt ihr Lust drauf schreibt es mir mal in die Kommentare ist natürlich sehr sehr wichtig genau wie eure Kritik die ist mir auch immer sehr wichtig weil so du Huren so und das kann ja jeder schreiben ist mittlerweile ausgelutscht alles klar aber so richtige Kritik ernte ich gar nicht mehr so häufig also das ist mir ganz wichtig kein Dislike da lassen sondern einfach eure Kritik unten in die Kommentare für was sind sie denn da also Magi Drohnen nächste Part wahrscheinlich hoffentlich und ans Nächstes gehen wir mal in den Fight rein natürlich Fight wir sind schon ich bin schon Feuer und Flamme gewinnen wir mit diesem Deck vom BGU das ist eigentlich schon eine Flasche der BGU ich weiß nicht richtige Flasche wie greifen wir denn an keine Ahnung machen wir mal die Kombination boah das war geil das war geil die Kombination Minion Horde ausgeschalten sehr sehr geil oh 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 der Prinz huiuiuiui was machen wir denn Prinz machen wir wieder Barbare frisch ja sieht gut aus sieht gut aus sieht gut aus ah Valkyrie ja dieser Dödel dieser Volldödel was machen wir 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 auf jeden Fall Minipäcke reinsetzen und die Prinzessin auch mal hinterher kommen gönnen wir uns gönnen wir uns pur ansonsten was gibt's noch groß zu sagen Magietruhe und wir haben die 31, 32.000 Abonnenten geknackt danke an dieser Stelle läuft bei euch richtig hart und wir haben's ja natürlich auch verdient Jungs wir haben's verdient moin wieder Kesselclash was wollt ihr sehen für eine Folge schreibt's mal rein ich bin mir grad noch unsicher was wir für eine Folge raushauen aber könnt ihr gerne mal reinschreiben was ihr gerne sehen möchtet schreibt mir mal hier mal einen kurzen Zap drauf dass der Prinz nicht so viel raushaut ist auf jeden Fall ganz lässig gestern richtig wieder Glück gehabt wie bei diesem Fight so richtig ganze Straße läuft bei mir war frei und ich finde einfach 5 Euro Schein mö ne 5 Euro Schein gefunden ist eigentlich gar nicht schlecht leider hab ich festgestellt dass ein Falscher war läuft bei mir immer wieder perfektes Glück jetzt muss ich eigentlich einbleiben so ein Typ wo sich gegen die Stunde klatscht das kennt ihr doch sicherlich alle aber das finde ich jetzt nicht wahrscheinlich hoffentlich hab ich's nicht gefunden denn das will keiner sehen ja der Fight ist weniger oder mehr sehr interessant finde ich jetzt nicht aber ist ziemlich langweilig kann man mal so ernsthaft so sagen gar nicht mehr so interessant der Fight hab schon sehr interessanter gesehen aber das Deck von BGU ist natürlich auch nicht so toll was will man da machen Pascal hat auch keine Ahnung wie man ein Deck zusammenbaut also da kann man gar nichts dagegen tun ansonsten wäre das Deck vielleicht gar nicht so mies aber der Pascal hat ja der Nullplan vom Spiel kein Spielverständnis kein Taktgefühl der Fettsack um mal entschuldigt zu sehr die Pascal Rolle tut mir leid denn ich muss ja mich auch noch ein bisschen reinbringen während ich kann ja nur nicht die Paudina stellen das muss euch klar sein also ich das ist ja natürlich alles von mir also ist ja klar dass da teilweise auch Sachen von mir drin sind nur als Zwischenmerkung aber Fight richtig sexy und easy gewonnen jungs easy gewonnen auf die nächsten 40.000 Abonnenten und wäre nett wenn wir wieder die 400 500 Likes schaffen würden fände ich richtig richtig korrekt von euch ansonsten wie immer man sieht sich bei einer weiterfreie Kesselclash irgendwie sowas in die Richtung ne Silbertruhe ich will ne Magi-Truhe Magi-Truhe oh okay also haut rein bis zum nächsten mal und servus imba romana se drasprin țarana fuțaranu classic braț la braț sau de mână brage buza peste dinți fraiere cam avut prizeca aia deci puie bă te-am văzut la piscu ești mișto bine-nțeles căutai putul je pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară blocă pentru tine un sac pe verticală vechi la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că-mi brac un prost nu aștiamul jos băi ai grijă ce zici cât de vor imi cinci na